Herzlich Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Johann Taneglo und heute möchten wir einmal über Gewinn im E-Commerce sprechen. Ganz, ganz viele Leute sprechen über Umsatz. Wie viel Umsatz ist realistisch möglich? Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Aber für dich eine ganz, ganz relevante Sache ist ja auch, wie viel bleibt am Ende überhaupt hängen? Das heißt, was, wenn ich was verdiene, wie viel bleibt mir letztendlich an Gewinn übrig? Und meistens, wenn man irgendwas mit Umsatz oder Gewinn macht, oder das Wort Umsatz überhaupt in den Mund nimmt, dann schreibt direkt jemand, ja, guck mal, Umsatz ist aber nicht gleich Gewinn. Das ist insoweit auch richtig. Der Gedankengang ist komplett richtig. Wenn ich 100.000 Euro Umsatz mache und 99.000 Euro Ausgaben habe, dann habe ich ja nicht wirklich einen Gewinn letztendlich gemacht. Aber Umsatz ist immer noch die relevante Größe im Unternehmertum, um den Erfolg von einem Unternehmen zu messen. Es gibt eigentlich keine bessere Kennzahl, um sich anzuschauen, hey, wie ist der Umsatz gestiegen, wie hat er sich über die Jahre entwickelt? Umsatz bedeutet, hey, die Person hat einfach mehr Geld verdient. Versus, wenn du dir jetzt einen Gewinn anschaust, das ist halt nicht so sinnvoll, weil, nehmen wir mal an, du hast irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro verdient und richtest dann dein erstes Büro mit 6.000 Euro Büromöbeln ein. So, dann hast du ja für 6.000 Euro Büromöbel gekauft und hast dann auf dem Papier nur 4.000 Euro Gewinn, in Anführungszeichen, gemacht. Auch wenn du eigentlich weitaus mehr zur Verfügung hattest, was du dann wieder reinvestiert hast in das Business. Weil der Gewinn ist ja das, was übrig bleibt, nachdem du reinvestiert hast in dein Business. Und deswegen ist es nicht immer sinnvoll, nach dem Gewinn zu fragen, weil ich kann auch künstlich hohe Ausgaben produzieren. Das machen übrigens viele Unternehmen, um dann den Gewinn so klein wie möglich zu halten, um am wenigsten wie möglich Steuern zu zahlen. Weil die machen dann, weiß ich, 100.000 Euro Gewinn mal aus Fantasie, haben dann so und so viele Personalkosten und das, was am Ende übrig bleibt, das ist das, was ja letztendlich dann auch versteuert werden muss. An diesem Tag willst du so gering wie möglich halten. Und deswegen ist es halt nicht sinnvoll, immer Gewinn im Unternehmerzum zu betrachten und so einen Fokus auf den Gewinn zu legen und immer direkt zu fragen, ja, was bleibt einem Gewinn übrig? Weil das hängt ja von der persönlichen Situation ab. Wenn jetzt jemand von 2.000 Euro Gewinn oder sich so ein iPhone kauft oder von 1.000 bis 2.000 Euro Umsatz sich für 1.000 Euro ein iPhone kauft, dann ist ja klar, der Umsatz ist dann an der Stelle oder der Gewinn ist dann einfach geschmälert. Oder wenn du jetzt als Unternehmen zum Beispiel dir für eine Million Euro ein Bürokomplex kaufst, dann hast du ja nicht, die eine Million Euro sind ja nicht weg, sondern die stecken dann einfach in den Bürokomplex als Investment. Und klar, der Gewinn ist ja dann geschmälert, weil die eine Million Euro für das Bürokomplex sind am Ende dann weg. Aber am Ende ist es ja nicht so, dass du überhaupt keinen Gewinn gemacht hast. Das heißt, sowas muss man immer mit Vorsicht betrachten, wenn man da einfach, ja, das hat jemand als Gewinn gemacht, weil der hat ja wieder reinvestiert, hat sich vielleicht irgendwas gekauft, wie so ein Bürokomplex oder was auch immer. Und deswegen ist Gewinn nicht wirklich die relevante Zahl, sondern wirklich Umsatz. Aber trotzdem willst du ja wissen, hey, was bleibt am Ende bei mir hängen, wenn ich jetzt das Ganze starte im E-Commerce und deswegen einfach mal eine kleine Beispielrechnung, wie das Ganze dann bei dir aussehen könnte. Wir gehen jetzt mal von einem fiktiven Verkaufspreis von 59,99 aus, so ein bisschen über dieser 50-Euro-Grenze. Ja, so ein toller Preis, der am Ende auch noch genug Gewinn macht, der einfach Spaß macht, wo man auch genügend Marge dann letztendlich hat. 59,99, was geht davon erstmal ab? 19% Umsatzsteuer. Das ist eine ganz fixe Position, die kann man nicht ändern, die ist halt einfach so. Davon gehen 19% ab, dann hast du den Netto-Betrag. Das sind zum Beispiel 9,58 Euro, die jetzt abgehen würden an Umsatzsteuer. So, das ist der erste Punkt. Dann ist der zweite Punkt, den du hast, ist einfach mal Retouren, weil einige Leute schicken zurück, das ist einfach so, daran kann man nichts ändern. Kommt drauf an, wie gut die Produktqualität ist, wie dein Marketing ist, wie Versprechen gehalten werden, wenn du jetzt irgendein Produkt verkaufst und es kommt übelst billig an, obwohl es als sehr hochwertig verkauft wurde oder als sehr teuer, wenn du es verkaufst, am Ende ist es sehr günstige Qualität, dann ist ja klar, dass du an dieser Stelle mehr Retouren produzierst, als jemand, bei dem es nicht der Fall ist. Das heißt, je nachdem rechnest du nochmal zwischen 2 bis 4% Retouren, vielleicht auch 5%, in schlechten Fällen vielleicht sogar 10%. Wir rechnen hier von so 2 bis 4%. Wir ziehen hier einfach mal pauschal 10 Cent ab für eine Retoure, um die einfach vernünftig mit einzubepreisen. Dann haben wir den Posten abgehackt. Der nächste Posten, den wir dann natürlich dann haben, ist unsere Werbungskosten. Das ist übrigens auch der einzige Posten, den du im Dropshipping vorausstrecken musst, weil du musst ja keine Ware einkaufen. Das heißt, am Ende zahlst du nur diese Werbungskosten effektiv, bevor du überhaupt Umsatz gemacht hast. Deine Retouren können nur anfallen, wenn du Umsatz gemacht hast. Also auch die Produktkosten fallen ja dann nur an, wenn du das Produkt dann letztendlich verschickst oder bestellst, also wenn du selber eine Bestellung bekommen hast. Das heißt letztendlich, Produktkosten fallen einfach komplett weg. Werbungskosten ist der einzige Posten, den du tatsächlich vorausstrecken musst. die wir abzahlen, um einen Verkauf bei Facebook oder Google zum Beispiel zu generieren. Da kann man so mit 15, 20, 30 Prozent rechnen. Ich rechne immer gerne mit 20 bis 25 Prozent, also 21 Euro jetzt hier in dem Beispiel, die du dann effektiv zahlst, um diesen einen Verkauf zu generieren. So, was haben wir noch? Als nächstes haben wir dann unsere Produktkosten. Klar, wir müssen das Produkt auch noch finanzieren. Das heißt, ich rechne hier einfach mal mit fiktiven 14,34 Euro, das uns das Produkt dann im Einkauf kostet. Muss man einfach abziehen. Dann haben wir noch so einen Kosten für Zahlungsverkehr, letztendlich 2,5 Prozent. Das heißt, für Paypal, Klarna, diese ganzen Zahlungsdienstleister wollen ja auch mal einen bestimmten Betrag haben. Wenn du quasi von denen, wenn du die Zahlung über die abwechselst, mit 2,5 Prozent wären das in unserem Beispiel also 1,50 Euro, die hier nochmal abgehen. So, und dann bist du bei Roundabout im Gewinn von 13,45 Euro, den du letztendlich pro verkaufte Einheit hast. Das heißt, du bist ausgegangen von einem Verkaufspreis von 59,99 Euro und bist so Step by Step runter bei 13,45 Euro, die dir übrig bleiben. So kannst du mit der Gesamtmarge von vielleicht 10 bis 30 Prozent rechnen. Ich sag mal, so im Durchschnitt sollte man bei 20 bis 30 Prozent rechnen, wo es dann wirklich Spaß macht und wo man dann auch wirklich Freude an der Skalierung hat. Das heißt, 20 bis 30 Prozent Marge und dann bist du bei 13,45 Euro, die in deiner Tasche letztendlich wandern. Wenn du jetzt natürlich einen, keine Ahnung, MacBook kaufst für 2.000 Euro, dann tut das dein Gewinn am Ende natürlich wieder schmälern. Das heißt, solche Rechnungen ergeben halt nur Sinn, wenn du die quasi produktspezifisch anschaust. Das heißt, wie viel ist vom Produkt dann letztendlich, was bleibt da hängen. Aber wenn ich mir das gesamte Unternehmen anschaue, dann ist es ja wie gesagt manchmal der Fall, dass einfach Leute gezielt Posten produzieren, um ihren Gewinn eben zu schmälern, um die Steuern dann auch zu schmälern. Wenn du jetzt selbst ein E-Commerce-Business aufbauen möchtest, dann schau dich einfach mal auf unserer Webseite um, econventions.de. Da haben wir einen kostenlosen Report für dich zum Download bereitgestellt, wo du das Ganze nochmal anschauen kannst, wie du genau ein E-Commerce-Business startest. Ansonsten kannst du dich direkt auch dort einfach auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben und wir ganz kurz über deine Situation gemeinsam sprechen. In diesem Sinne, wir hören uns in anderen nächsten Videos. Bis denn!